Edgar Miles Bronfman Sen, war ein US-amerikanischer Unternehmer kanadischer Herkunft. Von 1979 bis 2007 war er Präsident des jüdischen Weltkongresses. Leben Edgar Bronfman war eines von vier Kindern von Samuel und Seidi Bronfman. Am 10. Januar 1953 heiratete er an Lüb. Der 1973 geschiedenen Ehe entstammten fünf Kinder, darunter Edgar J. N. Seit 1994 war er in fünfter Ehe verheiratet. Im Anschluss an sein Studium der Geschichte an der MC Jill University in Montreal trat Bronfman 1951 in den von seinem Vater geleiteten, weltweit größten Spirituosenhersteller Seogramm Company Ltd. 1. 1957 wurde er Leiter des Unternehmens in den USA, im Jahr 1959 wurde er US-Bürger. Nachdem Jamp Investments das Unternehmen, das die Investitionen der Familie Bronfman verwaltete, im Jahr 1966 820.000 Anteile an Metro Gold Winmeier erworben hatte, übernahm Bronfman 1969 für kurze Zeit den Vorsitz der Filmproduktionsfirma. Nach dem Tod seines Vaters folgte er ihm 1971 als Präsident, Schatzmeister und Direktor von Sehe-Grems Ltd. Bronfman entwickelte den in Israel sehr populären Likör-Sebre. Wirken als Präsident des Jüdischen Weltkongresses. 1981 wurde Edgar M. Bronfman zum Präsidenten des Jüdischen Weltkongresses gewählt. Zusammen mit Israelsinger baute er den WJC zu einer der bedeutendsten internationalen jüdischen Organisationen aus. In den 1980er Jahren bemühte sich der WJC unter Bronfmans Leitung darum, Juden die Ausreise aus der Sowjetunion zu ermöglichen. In der Öffentlichkeit wurde der WJC bekannt als er Verhandlungen um Entschädigungszahlungen für die Opfer des Holocaust bzw. deren Erben vornehmlich von Schweizer Banken anstieß und durch die Beteiligung an der sogenannten Waldheim-Affäre. In deren Verlauf wurde die Vergangenheit des österreichischen Präsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim während des Zweiten Weltkrieges untersucht und sehr kontrovers diskutiert. Bronfman bezeichnete Waldheim während einer Exekutivtagung des WJC in Budapest einmal als ein wesentlicher Teil der Tötungsmaschinerie der Nazis. Die später von der österreichischen Bundesregierung eingesetzte Historikerkommission kam zu dem Schluss, dass Waldheims persönlicher Einfluss auf den Entscheidungsprozess der obersten Führung einerseits von seinen Widersachern etwas überbewertet worden, ist und andererseits von seinen Verteidigern allzu sehr herabgemindert wurde und seine allgemeinen Einblicke umfassend waren. Sie bezogen sich nicht nur auf die taktischen, strategischen und administrativen Anordnungen, sondern schlossen in einigen Fällen auch die Handlungen und Maßnahmen ein, die im Widerspruch zum Kriegsrecht und den Grundsätzen der Menschlichkeit standen. Nicht zuletzt auf Antrag des WJC wurde Waldheim am 27. April 1987 in die Washlist des US-Justizministeriums eingetragen, was unter anderem ein Einreiseverbot für Waldheim als Privatperson bis zu seinem Tode zur Folge hatte. Neben seiner Tätigkeit als Präsident des WJC unterstützte Edgar Bronfman auch andere jüdische Organisationen. Politisch förderte er die Demokraten. Auszeichnungen Am 17. Oktober 1988 wurde er mit dem großen Stern der Völkerfreundschaft der DDR ausgezeichnet. Bronfman hatte vor der Verleihung große Gewissensbisse, die er später so beschrieb. Am 11. August 1999 erhielt Bronfman die Presidential Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung der USA.